Könnte ich, aber mir wäre eine andere Lösung lieber. Sie schaut sich noch einen Augenblick an, schwankt hin und her und sagt, dann, na gut, willst du sonst noch was? Die ist ganz schön stur, sie will eher sterben, als irgendwas anzubieten, das sie verkaufen könnte. Fragen wir mal nach, wer genau sie ist. Ich? Ich bin Mokai. Ich trinke hier nur gerne ein und sie verliert für einen Moment den roten Faden. Ich bin einfach eine Person. Verstehst du? Hm. Ich verstehe. Na, dann leb wohl, Mokai. Ah, was machen wir jetzt mit ihr? Sprechen wir doch mal mit dem Barkeeper. Weil wir könnten sie natürlich einfach umbringen, aber dadurch wäre Zeche nicht gezahlt und er sieht es vielleicht nicht gerne, wenn wir Leute in seiner Bar umbringen. Nö, können wir nicht nachfragen. Das ist schade. Hm, wir könnten ihr das Geld vorstrecken, aber was haben wir davon? Naja, es wird nicht viel sein, wenn es nur ein paar Drinks sind. Und wir haben denn ein Stein im Brett bei dem Barkeeper. Also gut, was soll's. Geben wir den Klimper, wenn es nicht so viel ist. Wie viel brauchst du denn? Hm, ich schätze, ich brauche ungefähr 100 Münzen, damit ich anfangen kann, meine Schulden abzuzahlen. Äh, 100 Münzen? Wie viel hast du getrunken, Frau? Äh, wir brauchen das Klimper eigentlich. Also zum einen für unser Auge und allgemein brauchen wir auch immer ein bisschen was auf Vorrat. Hm. Ja, wir scheinen nicht wirklich viele Möglichkeiten haben, das zu lösen. Also geben wir ihr das Geld. Sie steckt einen Klimper ein, blickt kurz zur Tür, als spekuliere sie darauf abzuhauen. Als ihr klar wird, dass sie keine Chance hat, seufzt sie und steuert verdrießlich auf die Bar zu. Dann muss ich mich wohl bedanken. Ja, das musst du. Schon gut. Und nicht, dass du auch nur in Gedanken daran verschwindest, in Richtung Tür zu entschwinden, bevor du gezahlt hast. Mann, Mann, Mann. 100 Kupfermünzen. Und diesen G-Drey haben wir immer noch nicht gefunden. Ich bin weg. Das sind ja fast alles hier Dämonen. Hier in der Ecke war irgendwo dieser Ebenenreisende. Hm. Aber gucken wir erstmal, ob sie wirklich bezahlt. Ja, anscheinend hat sie alles abgeliefert. Gut, gut. Ich bin weg. Du schon wieder mit Barkis. Du schon wieder? Was willst du diesmal? Mit Morkai wirst du keinen Ärger mehr haben. Tatsächlich? Dann steht hier eine besondere Belohnung zu, mein Freund. Du kriegst alles umsonst hier. Jederzeit. Das muss aber eine ziemlich dicke Summe gewesen sein, die sie bei dir abgerechnet hat. Die sie bei dir anrechnen ließ. Du kennst nicht mal die Hälfte der Geschichte. Willst du jetzt was trinken? Boah, klar. Mach schön voll. Du willst was zu trinken? Etwas anderes scheint es für dich nicht bereit zu halten. Hm. Dann trinken wir doch mal noch einen. Diesmal ein Starkbier. Das scheint alles keine Wirkung auf uns zu haben. Mäht? Bewirkt auch nichts. Elementares Wasser? Er geht zum Fass an der Wand und dreht den Zapfhahn auf. In das Glas, das er darunter hält, läuft das klarste Wasser, das du je gesehen hast. Er stellt es vor dich hin und du nimmst einen großen Schluck. Es ist das reinste Getränk, das du je probiert hast. Kühl und erfrischend. Du spürst einen Lufthau von der Zunge bis zum Magen, wo die kühle Temperatur sogar deine dort wunden Emotionen zu beruhigen vermag. Direkt aus dem Herzen der Wasserebene, sagt der Wirt. Im Vergleich dazu schmeckt jedes andere Wasser abgestanden. Hm, ja, okay. Aber wir wollen doch nochmal versuchen, was zu finden, was uns irgendwie beeinflusst. Weil das Bier, Starkbier und Mäht, hat das erscheinend gar keine Wirkung auf uns. Nehmen wir mal Feuerwein, der müsste ein bisschen hochprozentiger sein. Erreicht dir ein Glas mit rubinrotem Wein und einer Handvoll bunter Samen. Nimm die Samen in den Mund, sagt er. Und nimm einen Schluck Wein. Mach dir keine Sorgen, wenn die Samen Feuer fangen. Sie werden dir nicht schaden. Die Feuersamen hatten wir auch schon mal probiert gehabt auf dem Marktplatz. Ein unvergleichliches Geschmackserlebnis. Er hat recht. Du steckst einen Samen in den Mund, der sich mit deinem Speichel mischt und ein winziges Feuer verursacht. Du löscht es mit einem Schluck Feuerwein und der Geschmack ist tatsächlich unbeschreiblich. Barkis lächelt. Noch einen? Oh, immerher damit. Wir sind immer noch nicht angetrunken. Vielleicht können wir das gar nicht mehr werden. Nehmen wir nochmal Whisky. Er stellt ein Schnapsglas voll irgendeiner dampfender Flüssigkeit vor dich hin. Sie sieht aus wie kochender Urin. Die Dämpfe, die deine Ristung ziehen, sind jedoch höchst verlockend. Obwohl das Getränk fast unanträglich heiß ist, nimmst du einen Schluck und der Geschmack ist genauso rauchig wie der Geruch. Du hast das Gefühl, dass der Whisky dich innerlich zu verbrennen droht. Doch der Schmerz, den du empfindest, ist eher angenehm. Der Wirt macht große Augen. Immer noch auf den Beinen? Die meisten verkraften nicht mal ein halbes Glas. Mir geht's prächtig. Ich merke überhaupt nichts. Der Wirt betrachtet dich aufmerksam und stützt dabei sein Kinn auf die Hand. Weißt du, Schleifer, es gibt Leute, die eine natürliche Immunität gegen Gifte und ähnliches Zeug haben. Andere Leute bezeichnen Fusel bereits als Gift. Wenn das der Fall ist, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass du ganz gut gegen Giftmischer gewappnet bist. Hm, das könnte sich wirklich als nützlich erweisen. Aber mein Dank, ich lebe wohl. Und ein Aufstieg. Aber gut zu wissen, wir sind anscheinend immun gegen jede Art von Giften. Also zumindest alkoholische. Aber es wäre natürlich auch sehr praktisch, wenn wir gegen andere Gifte immun wären. Aber jetzt schauen wir doch mal, was unser Stufenanstieg so gebracht hat. 10 Trefferpunkte, Kampffertigkeiten haben sich verbessert und wir haben einen Punkt zum Verteilen. Den setzen wir doch mal auch auf Charisma. Jetzt müssten wir langsam charmant genug sein, um jeden um den Finger wickeln zu können. Außer diese komische Staubmenschenfrau, die lieber sterben wollte, als ihre Zeche zu zahlen. Aber ja. Danach könnten wir jetzt langsam anfangen, unsere Konstitutionen zu erhöhen, um ein bisschen mehr auszuhalten. So. Oh, Morte hat da auch noch eine Stufe. Und ihr kriegt 12 Lebenspunkte, weil er halt höhere Konstitutionen hat als wir. Gut, gut. Was gibt's? So, wir suchen aber eigentlich immer noch den Gilei, oder wie er heißt. Der scheint aber nicht hier drin zu sein. Also hockt er vielleicht irgendwo vor der schwelenden Leiche. Hm, da waren aber die ganzen Schläger. Na gut, hilft nichts. Beide auf den da. Und hoffen einfach mal, dass wir schnell genug töten können, bevor uns zu viel Schaden zugeführt wird. Aber bisher sieht das ja ganz gut aus. Komm, 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 komm. Ja. Unser Namenloser ist schon ganz schön weit unten. Ne, nicht verfolgen. Erst die anderen töten. Und den noch. Ja, sauber. Das hacken wir jetzt alles ein. Den Rest lassen wir weglaufen. Und wir schauen uns denn hier vor der Taverne um, ob irgendwo rumsteht, dieser Gilei. Da ist ein Betrunkener. Ein paar Stockbewohner. Schon gut. Sprechen wir den betrunkenen Mann. Dieser Mann schwankt vor und zurück, findet einen Moment lang zu seinem Gleichgewicht zurück und schafft es dann, ein kränkliches, verzerrtes Lächeln aufzusetzen, das auf etwa gleich neben dem rechten Ohr gerichtet ist. Ah, das auf etwas gleich neben deinem rechten Ohr gerichtet ist. Ja, das kann ich besonders gut sehen. Sei gegrüßt. Er nickt langsam und gibt dann ein schämisches Gurgeln vor sich. Grüner Speichel beginnt aus seinem Mundwinkel in seinen zotteligen, dreckverkrusteten Bart zu laufen. Es sieht aus, als könnte er sich kaum aufrechthalten, geschweige denn eine Unterhaltung führen. Hm. Na gut, das war jetzt hoffentlich nicht dieser Gilei. Aber wir erledigen kurz den Schläger hier. Der ist gerade so schön in die Ecke gedrängt. Kann er nicht weglaufen. So. Schon gut. Das nehmen wir auch noch mit, denn wir brauchen nicht jede Kupfermünze, wie es scheint, um unser altes Auge wieder zu bekommen. Was an sich ja schon ziemlich makaber ist. Was ist mit ihr? Die Hure hier sieht ein bisschen anders aus. Du triffst auf eine junge Frau in einem engen Ledermiedern und Strumpfhosen. Sie riecht schwach nach billigem Parfum. Ihr Gesicht ist zwar hübsch, doch grell geschminkt. Als sie dich sieht, lächelt sie schüchtern. Suchst du ein bisschen Gesellschaftsüßer? Nein, aber ich hätte ein paar Fragen. Tut mir leid, Süßer. Aber ich stehe hier nicht drum, Fragen von Passanten zu beantworten. Bist du sicher, dass du nicht ein bisschen Gesellschaft brauchst? Hm. Nein, leb wohl. Hier sind wir wahrscheinlich am schlimmsten Ort in Siegel zur schlechtesten Zeit. Ja, da magst du recht haben, Morte. Eigentlich hatten wir uns ja auch hofft, dass sie uns sagen kann, wo dieser Gilei sich herumtreibt. Aber wenn sie den ganzen Tag hier vor der Bar verbringt, dürfte sie hier jeden kennen. Aber hier scheinen überall nur Prostituierte zu sein und ganz normale Stadtbewohner. Jede Menge Prostituierte. Ich bin weg. Das ist komisch, aber Kradok hat doch gesagt, er hat gesagt, dass er wahrscheinlich in der Nähe der schwelenden Leiche irgendwo auf der Straße herumtorkelt. Ah, okay, er ist gar nicht drin in der schwelenden Leiche. Ich bin weg. Na gut, das hätten wir uns dann sparen können. Wer ist denn er? Er ist so grün gekleidet. Sprechen wir ihn mal an. Du siehst einen müde wirkenden, grauen, gebeugten alten Mann, der auf den abgestorbenen Baum vor ihm starrt. Er mummelt vor sich hin und fasst sich dabei ins Kinn, als würde er über etwas nachdenken. Hin und wieder schüttelt er traurig den Kopf. Sei gegrüßt. Er erschrickt, als du ihn aus seinen Gedanken herausreißt. Er spricht mit ruhiger, aber trauriger Stimme. Oh, sei gegrüßt, mein Freund. Wie geht es dir heute? Ähm, was spielt das für eine Rolle? Der Mann wirkt zuerst verstört, doch dann nickt er bestimmt. Ja, mein Freund, das tut es. Für mich jedenfalls. Aber das zählt ja anscheinend nicht viel. Es scheint, als würde er sich gleich wieder dem Baum zuwenden. Nicht viel zählt? Was meinst du damit? Das ist eine lange Geschichte. Viel zu lange für jemanden, der nur ganz zufällig hier vorbeigekommen ist. Sagen wir einfach, dass alle meine Bemühungen, die Leute zum Handeln zu bewegen, ignoriert worden sind. Was wolltest du denn von den Leuten? Ich wollte, dass sie... dass sie... Er ringt verzweifelt nach Worten. Sich Sorgen? Ist das so viel verlangt, mein Freund? Er schaut dich fragend an. Ähm, um was Sorgen? Er tätschelt den Baum neben ihm. Es sind die Bäume hier im Stock. Sie sterben, mein Freund. Und den Leuten ist es gleichgültig. Als er deinen Blick bemerkt, erhebt er beschwichtigend seine Hände. Manchen mag es egal sein, aber für mich ist es wichtig. Es tut mir weh zu sehen, wie die letzten Reste von Leben und Schönheit in diesem Bezirk einfach so verkümmern und schließlich sterben. Verstehst du das, mein Freund? Ähm, nö. Nicht wirklich. Nein. Alle Dinge sind vergänglich. Außer wir. Warum soll man sich dann über das Wann und Wie den Kopf zerbrechen? Er seufzt. Das hatte ich erwartet. Du bist kein Deut besser als die anderen. Lass mich allein mit meinen Gedanken. Hm. Erledigt. Na gut. Sie läuft hier immer noch schreiend rum. Na gut. Speichern wir erstmal ab. LP. LP 014.